Die Bauern und Touristen Hier lebt man direkt mit den Bauern, erlebt ihre Welt und erfreut sich an organisch produzierten Lebensmitteln, genauso wie an dem ein oder anderen Ausflug ins bergige Umland. Sie verkaufen ihre Erzeugnisse auf dem Markt oder nach Bogotá. Jeder von ihnen ist ein ebenbürtiges Mitglied der Gemeinschaft und jeder von ihnen verfügt über spezielles Wissen. Don Profe zum Beispiel produziert Honig und vieles mehr.